Die eine im Westen der Stadt, die andere im Osten. Nur wenige Stunden nacheinander, nur wenige Stunden und Kilometer getrennt. Und beide haben die deutsche Popmusik geprägt, aber auch verändert. Und heute feiern sie zusammen gewissermaßen 100. Geburtstag. Nina Hagen und Marianne Rosenberg. Bei allen Parallelen sind doch grundauf verschieden, von brav zu punkig, vom Punk zur Politik, von der Rebellion zum Herzschmerz bis hin zur Herzinfarktmusik. Wir sagen beiden herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Da war sie, 1978, Deutschlands erste Punkrockerin, Nina Hagen. Frisch ausgebürgert aus der DDR, misste sie nun den Westen auf. Am 11. März 1955 kommt sie auf die Welt, in Ost-Berlin. Von ihrem Papa Hans Hagen, er wurde vor den Nazis ins KZ gesteckt, hat sie das Rebellische, sagt sie. Die DDR bildet Nina zur Schlagersängerin aus. Aber ihre Texte werden zensiert, sie provoziert Fopos, wird aus der FDJ entlassen und als Ziehvater Wolf Biermann ausgebürgert wird, nimmt sie sich auch die Freiheit. Mir kam das eigentlich ganz recht, weil ich schon seit vielen Jahren in den Westen abhauen wollte. Hier feiert gerade Marianne Rosenberg ihre größten Erfolge. Man singt nicht mit den Stimmbändern, man singt mit dem Herzen. Am 10. März 1955 wird sie geboren, in West-Berlin. Sie singt für ihr Leben gerne und durch ihren Erfolg geht es ihrer Familie besser. Sie waren arm. Vater Otto Rosenberg hat Auschwitz überlebt. Lange wollte er nicht, dass Marianne darüber spricht, dass sie Sinti sind. Und sie ist ein braver Star. Die solitäre Neuerfindung Nina Hagen stellt den Publikumsgeschmack auf immer neue Proben. Sie wird zur Kultfigur, zieht hinaus in die Welt. Sie protestiert gegen Rechtsradikale, sie pflegt Sterbende in Indien und begegnet Gott. Außerdem ist Gott der absolute Urkommunist. Das Leben ist ihr Hauptkunstwerk. Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr. Marianne verlässt die Schlagermühle, findet neue Freunde in der Politrock-Szene. Doch niemand kauft ihre politischen Lieder. Mit ihren alten Hits aber wird sie zur Königin der Schwulen- und Partyszene. Nina singt heute Brecht oder Swing, macht Bücher, Mode und Talkshows, ist Deutschlands punkige Lady. Marianne kapituliert und ihre alten Schlager neu aufgenommen.